Ooooooooh! Hallo, Jutzt und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Kanal von Abel. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht es dem Blick sehr gut. Und zwar, ihr seht gerade, wir stehen gerade in der Nähe von Haus von Eim Climax. Und zwar hat er mich eingeladen zum Grillen, Leute. Und deswegen dachte ich, Grill? Touren? Kann gefährlich werden, aber darf nicht fehlen. Jaaaa! Und ich hab euch natürlich mitgeguckt. Deswegen lasst wie immer gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr mehr von Touren sehen wollt. Und wartet mal, Leute. Den hat er einfach hier gelassen, oder? Jo, Touren, was geht? Ooooooh! Ooooooh! Nein, nein! Nein, Touren, du auf! Oh, Mann, Max, der Grill macht mich so aggressiv! Wir wollen doch grillen, wenn du den zerstörst, könnt ihr nicht grillen! Mann! Alter, hast du gerade hier so einen riesen Energiestoß weggeschossen? Ja, es lag für 1000 Sonnen! Alter! Das ist krass! Ganz einfach, du kanalisieren, deine ganze Zieh in deine letzte Hand. Und formt ihn in eine Kugel! Und dann lasst er die Aggressionen! Los! Boah! Okay, das ist krass! Äh, ich mach mal den Grill an, Touren. Ja, ja. Was ging eigentlich heute bei dir? Was hast du gemacht? Oh, ein paar Gangs kaputt gemacht. Polizei wollte fliss werden. Und ja, weißt du doch, wie es ist. Guck mal, die haben fast ein Loch in meinen Zert gemacht. Also alles wie immer. Die haben fast ein Loch. Die haben mit Laketenwerfer auf mich gesossen und musste ich mein Zert wieder neu bügeln. Alter! Ey, Touren! Das ist schon echt krass! Wie stark bist du eigentlich? Ähm... Boah! Keine Ahnung! Das ist eine gute Flage! Hm... Godzilla war eine Smiles-Bur. King Kong kann mir nicht das Wasser leisten. Du haust jeden eigentlich immer direkt kaputt. Ja, aber es ist nicht die Flage. Ich nehme eher die Flage, weil wir sind alle so SWACK! Hm... Wir sollten uns eher mal die Frage stellen, wie stark bist du eigentlich? Hm... Wie kann man das halt ausfinden? Ich bin halt super stark. Ich weiß nicht. Meinst du, du... Meinst du, du bist stärker als... Keine Ahnung... Du kannst doch bestimmt einfach so ein Auto hier hochheben. Äh... Ja, kann ich. Zeig mal. So! Boah! Guck mal, ich kann sogar weit werfen. Guck mal! Boah! Warte, das war doch Peter los! Verdammt! Äh... Jetzt muss ich ihn wiederholen gehen. Du kannst meinen... Ich kann dir meinen ausleihen. Ja, gut, gut. Aber gute Flagge. Ich wollte nur mal wissen, wie stark ich bin. Max? Ja? Hol mal deine Waffen. Äh... Okay, ja, klar. Was... Was sollen wir mit den Waffen machen? Zieh's auf, Mick! Wie? Bist du sicher? Ja! Zieh's mal! Nein, mehr ins Gesicht! Das ist Klittiger! Mhm, 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 okay! Nein, nein, nein! Hol irgendwas stärkerl ist! Wir haben noch ein bisschen mehr! War das so ein Kitzeln für dich, oder? Nein, ich hab gar nicht gespürt. Das ist wie ein Flieger auf einen Lauf geht. Oh! Rotflimmte im Gesicht! Warte, warte, warte! Hier, mein... Lässt, läst, läst, läst! Ja, ja! Oh, ja! Oh, ja! Oh, das tut gut! Danke, hat gejuckt! Bleib! Äh! Oh, okay! Warte! Jetzt hab ich was richtig Starkes! Ich hab' ne richtig gute Idee! Uh! Ja! Warte, warte auf die Lücken! Oh! 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 Bisschen Lunter, Lunter! Lunter, 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 meine Lücken! Oh! Oh! Und das tat gut! Oh! Oh! Warte! Okay, warte. Ich hoffe, du nimmst mir das jetzt nicht übel. Ja, mach. Oh Gott, nein, nein, nein. Ich hab übertrieben. Tu an. Warte, bleib. Alter. Ist so eine RPG-Schuss, wie als würde man dich so schubsen, oder was? Nein, ich bin nur kein Millimeter. Sieh's. Fuck. Alter. Weiß nicht. Das ist so gummi. Keine Ahnung. Das ist ja alles viel zu schwach für dich. Okay, warte. Ich hab noch eine letzte Idee. Okay, ich mach so fünf. Oh Gott, oh Gott, warte. Das explodiert hier wegen dem Feuer. Komm mal ein Stück nach vorne. Ja, komm, komm hier. So, warte mal. Dreh dich mal schön um. Ich mach an deinen Rücken. Eins, zwei, drei, vier, fünf, C4. Und dann schieße ich mit einer RPG drauf. Okay, let's go. Okay, drei, zwei, eins und. Äh. Hä? Ja. Wie hat sich das für dich angefühlt? Das, oh, ich weiß, wie sich das angefühlt hat. Heute Morgen war ich los und hab mir die Halle geföhnt. Und dann halte ich gern für mal gegen so Baug, weißt du? Äh, also so ein bisschen warm einfach nur. Ja, genau, genauso angenehm warm. Alter, ey. Ich bin immer müde, wenn RPG auf mich ist, hast du mir... Äh, Alter, Touren. Ich weiß echt nicht, irgendwie... Ich weiß echt nicht, was man machen müsste, um sich fertig zu machen. Ich hab eine Idee vielleicht. Mhm, okay. Wir machen einen Banklaub und dann kommt ganz viel Polizei, oder? Ja. Und vielleicht können die mich besiegen, wenn nicht viele Mann genug sind. Glaub zwar nicht, aber wir können es gern probieren. Lass uns mal testen, komm. Wir haben los, 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 los. Wir haben keine Zeit. Wir können nicht so ein bisschen losgehen. Wir fahren mit dem Golfkart von... Von Fortnite. Yeah. Let's go. Okay, Leute, wir gehen mal lieber... Heute wird im Video mal getestet, wie stark ist Touren eigentlich? Das hat mich auch so mal geflangt, Leute. Aber wir werden es heute vielleicht herausfinden. Let's go. Warte, stopp, 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 Touren. Warte hier. Was denn? Ich hab noch direkt eine gute Idee. Warte. Stell dich mal da auf die Straße. Okay. So, du gibst mir deinen LKW. So, äh, ich hoffe, alles, was ich hier mache, nimmst du mir nicht übel, Touren. Ja, ja, ja. Warte, ich werde ein bisschen Anlauf nehmen. Okay, Leute, ich glaub... Ich glaub, er will mich mit dem LKW erwissen. Na gut, soll er mal einfach versuchen, Leute? Glaub dir, ich werde mit dem LKW... Okay, Touren, komm auf meine Seite. Komm mal hier auf meine Spur. Ja. Ich bin in dieser Mitte hier. Ich werde dich jetzt voll mit dem LKW über den Haufen brettern. Okay. Und... Okay, okay, okay. Und mit 200. Boom. Ähm. Hä? Hinter dir. Äh, ich... Du bist ja nicht mal hingefallen. Nein. Ich glaub, ich soll im LKW... ...einen Tonner überrollt. Uh. Wow. Guck mal, du hast doch voll die Slum hier vorne, als du mich geklaufen hast. Äh, okay. Irgendwie ist da eher der LKW kaputt als du. Ja. Na gut. War ein Versuch wert. Was mit dir? Oh, was? Au, ey. Au, was soll das? Ja. Das ist mal als Spur. Ja. Egal, Max. Lass uns zur Bank gehen. Vielleicht... Ja, das kann sein, ja. Okay, dann werden wir das mal ganz kurz testen gehen. Okay, Max, wir sind angekommen. Ich glaub, ich weiß hier, wie die laufen am besten. Okay. Ganz kurz eine Sekunde. Äh, aber... Soll ich mich da lieber raushalten, oder...? Ja, geh nur mal lieber auf die andere des Glasenseite. Ich guck mir das mal aus der Entfernung an, ja? Okay, wir werden jetzt die Polizei locken. So, Leute, äh... Das ist ein Banküberfall! Oh, ich glaub, da müssen die Läden gehen los. Okay. Dann müssen wir jetzt nur noch warten, bis die Polizei kommt. Oh, wir hören zu unseren Läden, Freunde. Hallo, Polizei! Du, an ist hier! Hm. Check, 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 check. Zugriff, Zugriff auf bewaffneten Täter. So, wir gucken mal. Oh, da ist doch so ein... Oh, die haben sogar so kleine Armee-Helikopter mitgeholt. Das ist sehr gut, Leute. Das haben wir jetzt nicht dabei in Tua. Wir helfen, äh... Wir brauchen Hilfe von Armee. Wir brauchen Hilfe von Armee. Oh! So, endlich die Respektive, Mick. Ah, da kommt Swat. Hallo! Ja, hier! Sitz und Rakete Spörfeuer. Hallo, hier, ihr müsst mitläufen. Ich bewege mich nicht. Hallo, hier! Oh, die sitzen alle auf, Mick. Mehr Feuerpower, Jungs. Mehr Feuerpower! Hallo, mach doch die Deckung weg. Die... Das Tötet doch nur hier. Warte mal. So. Jetzt. Genau. Oh, aua. Max, siehst du das? Alter, Touren, hä? Die könnt ihr ja gar nichts anhaben. Mann, die sind mir viel zu... Die haben sogar einen Militärhelikopter. Oh, warte mal. Warte mal. Ich hab eine lustige Idee. Ja. Ja. So, wir holen uns das ganz kurz mal hier mit. Entschuldigung, Entschuldigung. Äh, warte. Helikopter, bleib stehen! Leute, wir werden... Oh, diese Helikopter immer. So, warte mal. Hey, 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 wir wollen dich getroffen, hey, hey. Guck mal, ich hab Billikopter gesnappt. So, und du jetzt? Ja! Alle verfügbaren Einheiten auf Türen. Alle verfügbaren Einheiten... Ich glaube, Freunde, so wird das nix. Sie sind alle... Oh. Oh, der hat ja richtig Lust gehabt, aber... Mann, 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 das gleicht doch nicht aus. Wer könnte stärker sein? Warte mal, wir machen die ganz kurz mal hier weg. So, aus dem Weg hier... Oh, Gott, die hier sind jetzt erst mal... Verkippt den Speerfeuer Einsatz. Oh. Hallo. Oh, warte, hier ist der Mitgliedstück hin, ja? Oh, du blinkst mir auch nix. Verdammt, das Smiles-Bohr. So, aus dem Weg hier. Ihr kleines... Smiles-Bohlen! Smiles-Bohlen! Ja! Slag der Taus-Sonne! Ja! Baaam! Selbst aus dem Fernumagic-Gold-Blatt! Ihr Smiles-Bohlen! Max! Ja, Turon! Ich glaube, das ist blindig. Sie sind mir zu langweilig. Ja, irgendwie, ich glaube, das... Ja, das wird nichts mit denen. Komm mal ganz kurz hell. Hm. So. Ja und ab. Ja! Jibbi! Wuhu! Warte, wir müssen überlegen, Max. Was können wir noch machen? Warte. Turon, ich habe noch eine richtig gute Idee. Was denn? Ähm, flieg mal irgendwo hin, wo wir ein bisschen mehr Platz haben. Am Strand oder so vielleicht. Okay, Leute, wir fliegen zum Strand. Und da bin ich gespannt, was Max für ein Plan hat, um meine Kläfte zu testen. Ja, Max, was ist los? Und zwar, ich habe so eine Spezialwaffe von einem Wissenschaftler bekommen, die schießt Busse auf dich. Warte mal, echt? Ja, ich glaube, das könnte dich umhauen. Okay, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Bam! Hä? Bin eigentlich das Wett in dem Bus? Hallo! Äh... Ich bin laus. Okay, na gut. Ja, mach ich die groß weg. Aber, das ist eine Spezialwaffe, die kann man anders einstellen. Warte mal, warte mal, ich kann da noch mehr machen. Wir kriegen das noch hin. Ich kann zum Beispiel auch dich mit Wallet-Hoff-Cocktails beschießen. Wuuu! Oh, oh, oh. Das lehnt mich an was, Max. An was denn? Das Boy ist on fire! Fire! Äh... Okay, ich nehme an, das bringt nichts. Nein, das ist nix. Hm, was könnte man denn noch machen? Aber kannst du die Waffe ausleihen, der kann mit meinen Föhn spallen? Äh... Ja, natürlich, klar. Kann ich die ausleihen. Warte mal. Okay, okay, warte, jetzt habe ich noch eine Idee. Die hat sogar noch einen Airstrike-Knopf. Ich kann mit einem Airstrike-Raketenwerfer aufbeklicken. Und... Boom! Oha. Ähm... Äh... Äh... Ich weiß echt nicht, was ich noch machen soll mit dir. Mir fällt langsam nix mehr ein. Aber weißt du, was man machen kann? Was denn? Wir können dick so stark machen. Äh? Wie, wie willst du denn mich so stark machen? Ich werde nie so stark. Okay, warte, wir testen mal ganz kurz einmal, ja? Ja? Bist du beleid? Äh, äh, warte mal. Bleib stehen! Ja! Hat das weh? Hat das weh? Äh, ähm, ja, du hast mich einmal komplett umgehauen gerade. Okay, warte mal. Max. Ja? Du kannst auch den Schlag der 1000 Sonnen. Ja, das haben wir doch schon mal versucht, Huren. Ich kann diese, ich kann diese Kraft nicht freisetzen. Doch, Max. Du kannst das. Du musst nur tiefenfest an die Glauben. Wir gehen zusammen in die Meditation. Max. Ja? Denk... ...an die innere Lur. Denk... ...an den Frieden. Äh... ...raum... Du wirst von einer Sonne belühen, die dir Wärme und Klaff gibt. Diese Wärme geht vom Kopf bis Fuß um. Und jetzt ist alle klar von überall. Kanalisation in deinen Haaren. Ausstehen! Nun, sag es, Schlag der 1000 Sonnen. Schlag. Der 1000 Sonnen. Warte, wir machen das noch mal. Max, du sind glücklich auf der Liste Hand. Ja, ich versuch's ja. Los, mehr. Oh, Schlag. Der 1000 Sonnen. Wow. Der war stark, aber. Alter, wo fliegt diese Kugel dahin? Die fliegt bis in die Endlichkeit. Oh, Alter. Das ist echt krass. Siehst du, Max? Jetzt haben wir die Stärke von Schlag der 1000 Sonnen. Oh, ich will das noch mal machen. Das macht ja voll Spaß. Oh, meine Leute. Das ist nicht Spaß. Ja. Und wenn du das jahrlang finieren. Oha. Max. Ja? Siehst du, wie stark du werden kannst. Ich weiß nicht, warum du immer so viel Spaß dran hast, alle kaputt zu machen. Das ist auch doch voll Spaß. Ja, das ist wie auf Arbeit entleten. Aber gut. Aber Max, ich würde mal sagen, das hat sich immer gelohnt, das heute zu testen. Ich muss noch gleich ein, zwei Subs erledigen. Ja? Äh, ja. Brauchst du keine Hilfe dabei, oder? War gut. Tschüss. So. Tschüss, Max. So, Leute. Wir müssen mal ganz kurz ein paar Subs erledigen. So, Leute. Und ganz genau. Freunde, passt auf. Umso stark zu seinem Weg benötigt viel Training. Ihr habt gesehen, wir haben Max ganz kurz zerniert. Und er war super stark. Aber auch jemand wie ich. Der muss im Training bleiben, um fit zu bleiben. Deswegen solltet ihr auch immer Sport machen. War mein Schwartz. So. Okay. Ich glaube, das Militär müsste jetzt langsam kommen. So, Freunde. Oh, da kommt es an die ersten Einheiten. Ja. Let's go, Jungs. Als erstes, Leute, müssen wir unsere Körperstärkung machen. Und dann können wir... Gah! Oh, wartet mal. Oh, ein Panzer! Was geht an? Ein Panzer! Alle Einheiten! Alle Einheiten in Zugriff! Gah! Gah! Panzer, bleib stehen! Oh, wie der Angst hat vor mir. Er will unsere Panzer zerstören. Er will die Panzer zerstören. Los, voll, voll! Gah! So. Oh, der verliert schon. Oh, Leute. Komm her, komm her, komm her. Gah! Gah! Gah, 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 gah. Guck mal, der denkt, der kann vor mir abbauen, oder was? Und... Gah! Guck mal, du kleine... Oh, warte. Oh. So, Leute, okay. Und guck mal, da sind ganz viele Einheiten. Wir gucken mal, wie wir die schlagen können. Bam! Oh. Bam! Schlag der tausend Sonnen! Let's go! Ja! Bam! Boah! Und guck, Leute, so klingt man, dass man stärker wird. So, Leute, wir haben die jetzt alle ganz kurz platt gemacht. Warte mal. Was kurz, du lebst noch? Ja, die machen wir ganz kurz weg. Leute, außerdem zeige ich euch heute exklusiv eine neue Angriff. Und zwar die Sonnenaula. Wenn ich alle Sonnenenergie mit Kandel sehle und die mit einem Slag aus meinem Körper lauslasse. Ha! Okay, jetzt setz den Kampfjets ein. So, warte mal. Kampfjets kommen. Hallo, Kampfjets! Gah! Gah! Warte mal, Leute. Guck mal. Bam! Wieder wegfliegen! Da hinten ist ein Kampfjet. Mal gucken, ob wir schneller fliegen können als ein Kampfjet. Oh, ja, wir können, guck mal hier. Da, 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 da. Da ist ein Kampfjet. Jappa! Oh, mein Gott, wir wurden getroppelt, wir wurden getroppelt. Ja! Selbst ein Kampfjet ist Small Spur. Aua. Was? Was zum Beispiel? Gott, wie weit die fliegen. Männer, Rückzug, Männer, Rückzug, er ist zu stark. Ja! Let's go! Ja, Leute, die haben sich alle wohl ein bisschen jetzt hier weggetan. Oh, da hinten ist noch ein Mutiger. Ah, tut das gut, Leute. Mal wieder denen zu zeigen, wer hier wirklich der Boss ist. So, okay, damit haben wir jetzt wirklich jeden Platt gemacht hier. Alles sauber. Ah, mein Gott, sind das Small Spuren. Aber Leute, so kliniert eigentlich jeden Tag. Ich gehe hier zur Militärbase, mache ein bisschen Kampf mit denen, mache die Platt hoch. Oh, Lieutenant Songhai. Oh, Lieutenant Songhai. Bonas, John. Oh, wie die Bonas. Stemp, wir müssen noch zu den Bonas heute. Bonas, Bonas. Ja, ja. Fahrt um den Bugatti, ich fliege mit dem Set. Okay, Leute, wir müssen... Ich habe leider wieder mein Sob zu tun, Leute. Ein Mafia-Bus zu sein. Ist nicht einfach. Sehr, sehr viele Termine. Die Bonas wollen mal wieder kein Schutzgeld zahlen. Ihr wisst, wie das Ganze immer abläuft. Ja! So, wir holen uns natürlich ganz kurz den Set. Und ich glaube, wir werden ihn damit ein bisschen, na, ärgern. Ja! Aber, Leute, ich glaube, vielleicht habt ihr jetzt ein kleines Bild, wie stark ich eigentlich bin. Bin ehrlich, Leute, ich habe selber keine Ahnung. Ja! Ich bin, glaube ich, einfach das Nächste, aber ist gut so. Da kann ich meine Freunde besützen, die mir am wichtigsten sind, Freunde. Und ich würde sagen, wir fliegen zu den Bonas. Aber das war es gewesen mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir mal gerne ein Like oder ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Euer Tuan. Ja! Ja!